ja weiter jetzt erst mal wieder im sie aufmachen darf ich jetzt in meinem sie rein anscheinend nicht bin ich immer falsch pcf alter wo konnte ich doch mal ja ich bin der präsident ich brauche einen neuen auftrag ja ich bin der präsident erst mal schön gegen die wand laufen immer am anfang eine richtig gute idee ein läster ich will nicht mit ihr telefonieren im wand tritt sowas immer noch nichts hmm kann man obwohl Na komm, ich probier mal. Bin doch Spezialist. Bist du jetzt so in die Hose gehen? Ich weiß es jetzt schon. Ich hab ein Fahrzeug draußen stehen. Ach Motorräder sind so geil. Das ist natürlich belastend. Oh, die hab ich gerade vorhin besiegt. Immer die armen Armenier, ey. Okay Franklin, ich tu das für dich. Zum Glück gibt es hier kein Intimleben, sonst wäre ich aufgeschmissen. Vor allem den alleine. Uiuiui. Ich bin auch nicht der beste Fahrer, obwohl ich mit Controller spiele. Ja. Stimmt, ich muss unbedingt die neue Waffenkammer. Ich will unbedingt den Elektro-Schocker haben. Waffen kann man kaufen, so. Letzter Helmer-Hype anfangen und ich beenden das mit einem Spezial-Beat. Okay. So, jetzt sagen wir. Lama. Ganz unauffällig. Ich will nicht. Ich will nichts Böses. Oh. Aber die schon. Also, wie ich da jetzt nicht gestorben bin, kein Wunder. Ich glaube, ich brauche eine bessere Waffe. Ja. Die sieht doch huge aus. Schack. Schwack. Sag mal. Alle treffen, außer den Typen, die ich treffen wollte. Geil. Ich will noch was bestes. Panzerfaust, jawohl hier eine Panzerfaust. Ist auch geil. Hat nichts getroffen, super. Da habe ich nicht was besseres nach. Sturm, ne. Irgendwas, oh ja. Gefägt's irgendwie, sieht gut aus. Alter, der hat durch die Hand getötet. Wo ist er denn? Oh, da unten. Hallo? Ich bin tot. Oh, geil. Super. Super, okay. Waren wir noch hinten rein? Blöd. Ist hier leichter zum Safe? Ist kein Safe, okay. Sag mal, krieg ich eigentlich alles außer Headshots hin? Ey, der Hunter ist unfair. Hier ist der Safe, ja. Ey! Der schießt einfach durch die Tür. Sag mal. Treff nicht. Oh, der ist schon tot. Ja. Mach mal den Safe jetzt auf. Wo ist denn die Kombination? Ne, 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 ich kenne dich nicht. Mann, wo ist die? Ist so unfair. Oh, das ist ja ganz interessant hier. Muss der hier irgendwo sein? Ich renne hier gerade so ein bisschen los durch die Gegend, aber naja. Ah, da ist sie doch. Gleich am Anfang. Hätte man sicher denken können. Hä? Warum sind denn jetzt welche wieder da? Ich fühl das nicht, ne. Einfach aufmachen. Ach, jetzt hinne. Also komm. Jetzt. Nimm doch. Oh, fuck, jetzt. Stimmt ja jetzt. Suchen sie mich ja alle. Ah, schnell, schnell, schnell. Oh Gott, oh Gott. Ich habe mir hier ein Leihauto ausgeworfen, ne. Das ist extrem langsam. Alter. Ah ja, endlich. Hauptsache jetzt kommt keiner. Noch ein Kilometer. Dann bin ich safe. Warum gibt es dafür ein globales Signal? Ich meine, hoffentlich Hauptsache die Lobby ist nicht toxic. Ah, Fahrkünste, ja, der Hölle oder so. Scheint hier gerade niemand zu sein. Ja, das ist gut. Außer der eine da. Könnte mich noch gefährlich. Der könnte mir noch gefährlich werden. Oh, ich bin gleich in der Garage. Agentur. Sieh ich hier runter? Ne. Wo muss ich hin? Das ist belastend hoch 10. Ich muss einfach nur zur Agentur, oder? Ja. Wann noch ein? Eine. Schnell. Bevor jemand kommt. Geil. Omega. Yo. 0.000. Yo. Da. Mhm. Wo ist Job hin? Ja, ich schneid dann das zweite rein, wenn ich wieder kann. Also ich mache jetzt zwei Sachen nachher. Wir sehen uns dann gleich wieder. Ja. Ich mache jetzt, äh, Rettungsvision. Das ist das einzige von den dreien, die ich noch nicht gemacht habe. Und ich habe vergessen. Ja. Äh. Ich habe da die Aufnahme schon beendet. Ja. Ja. Da hat der Freundin angerufen und hat gesagt, wir haben jetzt einen dicken Fisch. Ich soll ihn mal bei F nachher besuchen kommen. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Das ist erstmal die dritte Mission, weil ich hoffe, dass ich den Bonus bekommen habe. Ach ja, hier ist noch mein übelstes Switch-Auto. Der Krieger. Ja. Den habe ich mir damals geholt. Ja. Ja. Okay. Dann fahren wir schon da hin. Ja, der Krieger ist das beste, ja, würde ich sagen, der beste Auto. Also, weil die Formel 1 sagen sind glaube ich schneller, aber der Krieger ist halt immer noch der bestaussehendste. Und mit der richtig geilen Beschleunigung. Beste Rennwagen. Kein Zeitrennen ohne ihn. Weil ich nehme auch gerne die Barty, weil mit dem Motorrad ist es ein bisschen leichter zu fahren. Ne, ich muss da erst lang. Boah. Wie ich hier schön um die Kurven slide. Pass auf, gleich lande ich im Wasser. Wo? Ich war es nicht. Wuii. Oh. Ja, ja. Oh. ich sollte ein bisschen vorsichtiger fahren oder da ist er irgendwo die auf den berg da oben glaubt nicht wo ist er denn ich bin gerade irgendwie ein bisschen lust sie sind auf dem berg wir sind die da hochkommen wir sind hier unten doch diese da unten hallo ich habe keine waffe ausgerüstet es gab witz mich verarschen ja gut ne man sollte halt nicht mit dem auto gleich da ich freue mich in die falsche richtung ne ich möchte mit meinen verfechts mg da reingehen oh der ist schon tot aber wie schwach ist denn das ok der ist schon tot oh ja gut ne erst mal bergrunter fallen alter wie komme ich denn jetzt einfach da runter oh come on wo spawn ich denn na gut ich spawn hier kommt man denn da gut schnell gut lebend runter vorsichtig 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 ja ich habe dann ein auto stehen wartet hauptsache das geht nicht unter das war sehr teuer bitte könnten sie darauf aufpassen hallo merdem könnten sie ein bisschen schneller einstellen Schneller schnell noch hin Alter aufpassen dass ich nicht untergehe ist auch ganz gut für den wagen wenn man durch sasa fährt glaube ich das ist jetzt der zimmer eigentlich in sicherheit vom wasser ja ja ich mache das schon natürlich jetzt kommt die mission weil das auto das schlechteste gefährt ist ja ich kann nicht gut alle fahren ich weiß du bist lang ich sehe nichts aber ich wollte nicht ego jetzt haben wir schon gute ansicht gefunden wo geht es heraus ja ich hätte ich gerade also sei mal ein bisschen netter du hast doch noch ordentlich gesundheit schaffen dass ich bin jetzt zu franklin ja ich habe nicht auf die scheiße geachtet ne scheiß mit dem glück habe ich das sicherere reifen junge wie fahrt ihr npcs alter das war schön ausgelösen muss sie rein irgendwo ja hier in die garage mit voll speed ja von 150 auf 0 innerhalb von ein paar sekunden kein unfall wo ist mein geld geil also der sf da auf der map da muss ich nächste folge dann hin ich hätte es auch lustig was ist unnötig eigentlich hallo franklin willst du noch mal anrufen eigentlich ich weiß interessant ja gut dann nächste folge gehe ich zum f mal gucken wir mal was mich da erwartet wir sind's beim nächsten mal wieder ciao